Ja, ich bin seit 25 Jahren im Hause bei Frau Dr. Wilkening und bin echt total glücklich, zufrieden. Es ist eine tolle Atmosphäre, tolle Mitarbeiter, tolle Kollegen, eine tolle Chefin, die immer ein offenes Ohr für jeden hat. Und ja, da bin ich auch stolz, heute hier sein zu dürfen. Wir arbeiten bei Frau Dr. Wilkening, weil es uns besonders viel Spaß macht, weil unser Team ziemlich groß und sehr stark ist, weil wir die besten Mitarbeiter haben und weil es die beste Chefin da ist. Und da wir Hand in Hand jeden Tag im Team zusammenarbeiten, wollen wir auch heute hier im Team zusammen auftreten und gucken, was wir erreichen. Genau, und auch gute Freunde gefunden haben. Yeah! Ja! 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 Das ist los. Vielen Dank.